Die Uckermark und der angrenzende Barnim üben eine fast urtümliche Faszination auf den Besucher aus. Diese Landschaft regt aber nicht nur die Fantasie der Urlauber an. Auch ideenreiche Unternehmer haben die Region entdeckt. Erproben und realisieren eine umwelt- und verbraucherfreundliche Versorgung mit Lebensmitteln, direkt aus der Region. Beispielsweise mit Milch, Molke, Joghurt, Quark und Käse. Die Produkte, die heute gemolken worden sind, werden heute pasteurisiert abgefüllt und morgen früh sind sie beim Kunden. Das heißt, wir sprechen ja auch von tagesfrischer Vollmilch. Betonung nicht auf tagesfrisch. Vor acht Jahren hat sich Gunnar Hemme in Schmargendorf bei Angermünde niedergelassen. Der Landwirt, der ursprünglich aus Niedersachsen kam, baute mit rund einer halben Million Euro einen hochmodernen Betrieb auf. Heute beschäftigt sein Unternehmen zehn Mitarbeiter. Seine Devise, ihr Milchmann kommt zu ihnen, hat sich als erfolgreiche Geschäftsidee erwiesen. Hier in umliegenden Feldern von Schmargendorf wachsen die Futtermittel, hier in Schmargendorf stehende Kühe, hier in Schmargendorf wird gemolken, wird die Milch verarbeitet. Und auf der anderen Seite ist der Kunde, den wir beliefern. Und das hat zur Konsequenz, dass der Kunde eben genau nachvollziehen kann, wo seine Milch herkommt, wie sie erzeugt wird. Heute beliefert Hemme Milch schon über 3000 Haushalte, Schulen, Geschäfte und Kindergärten in der Region und Berlin. Dann geht's mit der Kunde, die Wut, die table der Kunde. Kunde hier machen. Und das ist natürlich in der Kunde. In der Krange, der Kunde der Kunde geht. In der Krone, die Kunde ich gemolten. Was ist hier nicht so, was ich auch, was ich bitte? Wie soll es sich denn hier machen, woanders, wie ein Kunde. Und die Kunde sich denn hierjutten haben? Und das ist ja das... Und das ist, was ich die Kunde. Untertitelung des ZDF, 2020